Hallo und Willkommen zurück zu The Forest. Tag. Was weiß ich. Ich habe aufgehört zu zählen. Wie es mir meine innere Stimme sagt. Meine innere Stimme sagt, ja bau den scheiß Palisaden fertig. Ja, Stimme im Kopf, mach ich Stimme im Kopf. Die macht mir Angst, diese Stimme im Kopf. Und dann bastelt die mehr Pfeile. Mache ich erst, wenn ich den, ähm, diesen Fleischhalter gebaut habe. Stimmt, das ist die Messe. Dann gehst du zum jahren Fäckchen, oder? Mach ich. Nee. Jetzt noch mal herzlich willkommen zurück zu... Dunkel. To the Forest. Ich schlafe jetzt so lange, bis du es bitte. Hm? Hattest du es eben aufgenommen? Ich nehme es auf, ja. Hattest du es eben gar nicht aufgenommen, wo wir das in der Stimme gemacht haben, oder was? Ah, okay, ich guck, nee, alles gut. Danke. Ah, der, ach ja, der Leranias. Nee, wie ein Timer und so. Ja, ich, ja, Timer, ja. Timers sind gut, ja. Oh, ein langer Baum. Nee, du bist doch, doch, du bist doch, 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 doch. Ich sehe gar nicht. Danke, Sonne. Du bist doch so ein Aufgang. Nee, ist doch so ein Aufgang. Ach so, du hast schon gesagt. Du warst schon weg. Ja. ай, guck! Gib mir dein kostbares Holz. Gib mir dein kostbares Holz. Feed me more. Feed me more. Nein, nicht, nicht da. die besonderer Flachpfeil 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 zwei Kanaden nicht Heikepfe ich muss dazu muss nicht man Prozent ja mach ich später so das waren alle Bäume ne ne ist noch einer ja sonst noch eine okay ich darf fünf raus dann schüttend noch ein und diese Seite zu machen ne zwei findest du auch ne zwei findest du stimmt ja so wo bist du so 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 ne ich gerne da ich noch kurz geh lass ich den kurz befreien nur um die Sticks zu holen nur um die Sticks zu holen gib mir deine Sticks danke ah fuck hab so viel okay da soll uns nicht stören gehen wir gleich wieder hier nachdem wir den Baumstämme abgelegt haben beziehungsweise den Baumstamm so dann geh ich nochmal schnell nach hinten hin das ich noch sieben das ging rein so ich noch abholzen dann habe ich schon drei sieben dann habe ich jetzt oder sieben achtzehn ja sieben den kommt wieso noch für den ja ja so wie hänge ich jetzt das Fleisch auf weißt du mit c ja mit c ja ne doch ach wieder freiraum so dann halte ich mal kurz den Baum auf der 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 so von mir wieder tot umfällt das der oder so so mir du wie ja 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 läufig ich hab ich hab schon damit auf so doch 10 gefunden n und ich möchte mich nur kurz durch den stich verstellen so da bin ich wieder ja habe jetzt die achs schönen verstärkt jetzt habe ich die achsen mit zehn verstärkt das ist etwas effektiver auch gegen die eingeborenen du bist nur ein stick ich brauche ich noch nicht mehr gleich noch nicht mehr erst mal brauche ich kurz die baumstimme so dass die band auch gleich fertig so die wand ist auch schon fertig dann da wo es blinkt ist immer die holzstimme ja noch noch drei käpfe ich habe schon zwei es ist noch einer los so den nächsten baum abholen ja stell dich nicht an krass genug zu retten so ich brauche noch 34 holzstimme pro baum kriege ich 5 raus durch so einen normalen baum 3 bis 5 kriege ich da raus ok ich brauche ich noch einige noch die 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 geben mache ich das alles mit leuchten das ist ja wie auf dem roll dein kollegen finde ich finde ich auch noch wir tun mir die tippe wie sagt irgendwie tun mir die tiere ja auch ein bisschen leid weiße laufen so ganz normal um kommt so ein komischer kerl und tötet sie ist ja alles fürs überleben was die naturen springzone schweißen müssen ich muss mit lechten hat sehr gut rein 8 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 9 ja ich nehme schon zwölf minuten aufhört zwölf minuten dreien 35 erst geht schon geht noch so dann vergreif ich mich mal kurz an die langen Bäume so stück ich stecke ich stecke während ich ab heute nützlich mich so kurz so da bin ich wieder nicht da hinten so die kann in der zeit bisschen runterrollen genau wenn ich noch einen eingeborenen sehen sollte das bis die schon du darfst noch existieren du darfst noch leben so dann bräuchte ich noch drei die hölzer die bin ich auch da hinten ok äh geht mich dann so danke äh ich muss den Baum arbeiten noch ein das ist nicht nicht bis nach hinten sondern bis nach hier so 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 ich hoffe ich finde vielleicht irgendwann mal das kommt mit des Flugzeug das bond ja ich bin ja ich müsste müsste auch mal nach ein update gucken gibt es ja schon so was da kommt stelle ich nicht so wieder an danke lehrtasten lehrtaste vergewaltigung muss hier jetzt auch nein denn warum hier ein haus so das ding ist fertig das wo ich noch 4 20 so so das Ding auch gleich finde ich okay haben wir die Türke nein ich würde so so ich glaube ich ist nur kurz und ruhig ach man kann nicht so essen für da die Wenden von ich verstehe sie sind hier voll voll volle Energie und hier weiter Holz abschlagen machen sollte ich jetzt ich so kipp mir dein ganzes Holz nicht halb danke schnell noch bei hinten die dinge abladen jetzt fertig ich was soll ich jetzt machen stimmt die heute also dann die hölzer sammeln dann die mauer fällig machen so so da einer fehlt immer noch wir sind das hätte vielleicht genau gepasst hätte ich nicht die Tür fertig gemacht aber naja sind die gut ja die sind gut jetzt sind sie voll ok ja genau du verstehst nicht dann ich nehme ich gleich auf du bleibst ja sowieso hängen schieben wir dich mal nach da hinten hin ich will ich will die feste so wenn wir das Problem auch kurz gelöst 90 Minuten geht schon weil ich meine ich nehme ich habe immer mehr Folgen hoch mit viel zu viel Part aber das 4 4 4 minuten ja mein ich doch deswegen naja kann ja mal passieren sollte aber nicht ich weiß noch drei stück die tür hätte ruhig andersrum ähh scheiße jedenfalls die tür hm boah hab ich dir den kopf verpasst komm her und jetzt doch noch au der der kleine hat mich angezündet komm her du hässiger spaß her auch ich jetzt ja das ist mir persönlich zu viel ja ganz hier ist mir ich wende ich schimmer Ja, komm doch! Scheiße, die Leiche krieg ich nicht mehr. Doch! Ja, steh auf! Komm her! Ja, komm her! Digger, ich bin hier! Hm, pass auf! Warum müssen jetzt die engborenen auftauchen, ne? Ja, ich bin hier. Drecks Video. Hm. Hm. Na klar, und jetzt bin ich von eingeborenen im Gmail. Tür, kannst du mal da drin bleiben? So, danke. So, dann drücke ich mal KZ. Es ist nicht besser. Jungs, ich wollte gerne in die Folge beten. 23. Ja, okay, schon. Geht noch, geht noch? Ich wollte die Folge von die Folge aber erbinden ins Tages. Ja, gut. Da hinten sind noch Baumstirme, die können nicht mehr aber gleich holen. jetzt lichter gut dann will ich sagen wenn ich mal die folge jetzt und in der nächsten folge wieder von der vorerst tschüss mit der Stahl